Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute kommt das letzte Video von diesem Hochzeitsalbum. Ja, bevor ihr mich hier für bescheuert haltet, was die Handschuhe angeht. Ich habe mir die Finger ordentlich zerschreddert beim Brombeeren ausmachen und möchte, dass das Album heute an den neuen Besitzer übergeben wird und das Ganze fein, sauber und heile bleibt. Also heile eh, aber fein und sauber mit ziemlich zerschrebelten Händen ist so eine Sache. Dementsprechend habe ich mir jetzt einfach hier bei der Handschuhe angezogen, die feine Dame. Ja, erst mal vorab. Ich freue mich natürlich über Kommentare, über Likes und über neue Abonnenten. Und vielleicht regt dieses Hochzeitsalbum ja auch an, dass ihr auch sowas mal macht für liebe Menschen, für liebe Verwandte oder auch einfach für euch selber. Es hat auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich habe unfassbar viel Zeit da reingesteckt, aber es war auch jede Minute wert. Okay, starten wir mal los. Also wir haben hier ein Album, ein altes Fotoalbum, ein, sag mal umgearbeitetes, man könnte es Ortebook nennen. Altes Fotoalbum mit Seidenpapier, mit eher den kleinen Die-Cuts von Stamperia aus der Sleeping Beauty Serie. Ein echtes Hufeisen und die neue Besitzerin wird wissen, wem es gehörte. Hier überall noch kleine Buchecken dran, eine Schließe mit einem Ring. Wir haben einen richtig breiten Rücken mit einem kleinen süßen Dingle-Dange. Ich wollte es echt nicht übertreiben, weil es da immerhin ein Fotoalbum ist und nicht ein Junk-Journal in dem Sinne. So, dann haben wir natürlich auch noch die Rückseite. Auch wieder hier schön die Die-Cuts und die, ja, Buch-Ecken. Die Oberfläche ist echt stabil. Also hier könnte man theoretisch einen Kaffee drüber kippen, ohne dass dem Album was passiert. Natürlich würde den Seiten drinnen was passieren. Und damit mit meinem kleinen süßen Dingle-Dange hier nichts passiert, werde ich auch einmal kurz den Dingle-Dange abnehmen, um euch hier den Rest des Albums zu zeigen. Wer schon mal versucht hat, den Dingle-Dange mit Handschuhen abzumachen, ist eine geile Nummer. Wie man sieht, funktioniert das jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Er geht leicht ab, aber ich arbeite sonst nicht mit Handschuhen. So, der Dingle-Dange wird jetzt erstmal geparkt. Ja, also von der Zeit her, ich habe um die 100 Zeitstunden auf jeden Fall hier reingesteckt. Hier ist richtig viel Material reingegangen. Viele verschiedene Ideen, viele verschiedene Sprüche, ganz viel Liebe von ganz vielen Seiten. Das ist nämlich nicht nur ein Projekt, das ich gemacht habe. Also klar, ich habe das hier zusammen gebastelt. Aber es ist ein Gemeinschaftsprojekt von unserer Stallgemeinschaft. Und da sind Sprüche, Materialien, Ideen, Wünsche eingeflossen und natürlich auch ganz persönliche Grüße. Die werde ich euch allerdings nicht zeigen, das ist nämlich voll privat. Werfen wir doch mal einen Blick in das Buch. Also ihr müsst euch das so vorstellen, von den Maßen her ist es tatsächlich ein echtes Fotoalbum. Ja, mit einem stark verbreiteten Rücken. Also wenn man quasi die Draufsicht hat, sieht man, das war der ursprüngliche Rücken. Und den habe ich wirklich sehr, sehr verbreitet. Dazu gibt es auch ein extra Video. Ich muss mal eben schauen, wie euer Bildausschnitt hier ist, dass ihr auch die komplette Breitseite des Albums findet. Mein Junk Journal Kleber hier wird mir gleich die Stütze für den Buchrücken sein. Ich blätter mal auf. So, da kommen wir nämlich auch schon zur ersten Seite. Und hier findet sich quasi das letzte unvollendete Stücklein, was ich nachher noch voller Genuss und ohne Kamera einkleben werde. Ich werde es euch gleich zeigen. So, hier haben wir erstmal zwei Pockets. Hier können zum Beispiel Hochzeitskarten rein, weil die beiden haben natürlich total viele schöne Karten bekommen. Ich kann euch das hier mal zeigen. Also ich habe hier so eine kleine Probekarte. Zack, hier Kärtchen rein zum Beispiel. Und hier beginnt die Geschichte. Oder wie Walter Mörs sagen würde. Und hier fängt die Geschichte an. Natürlich kann hier jeder selber seine eigene Geschichte in das Album machen. Und es ist auch noch ein bisschen Platz, um hier und da vielleicht einen Spruch oder irgendwas anderes einzukleben als ein Foto. Nur das muss einfach jeder selber sehen. An der Stelle haben wir eine schöne Karte zum Ausziehen. Ich kann es jetzt nicht weiter runterziehen, weil sonst geht der nicht mehr. Und hier ist nämlich tatsächlich der letzte kleine Platz, der noch von mir gleich im Anschluss bearbeitet werden möchte. Und ich habe ihn mir auch extra aufgehoben, weil ich nämlich in diesem Album schon seit einigen Monaten arbeite. Also jetzt August. Und seit Januar habe ich quasi die Idee und das Grundalbum in den Händen und bin hier am Craften. Das heißt, ich muss mich auch echt von diesem Schätzchen verabschieden. Weil das wird jetzt heute ausziehen. Es wird jetzt volljährig ausziehen und neue Besitzer haben. Neue Sorgeberechtigte, ich weiß es nicht, wie man es nennt. Und ich wette, es wird auch schön behandelt werden. Und das ist auch immer der Punkt, wenn man so ein Stück Kunst gemacht hat und damit einfach auch viele, viele Monate gelebt hat. Und ich habe mir jetzt nicht die Mega-Eile hier mitgemacht. Ich habe Stück für Stück und nach Ideen und nach, ja auch teilweise Lust und Laune gecraftet. Weil einfach, es muss Spaß machen. Es muss einfach auch der richtige Tag sein, um daran weiterzuarbeiten. Mit Druck geht hier gar nichts. Ist das so ein Stückchen, ein Stückchen Mitbewohner geworden. Und ja, wie gesagt, heute ist der Tag gekommen, wo es hier auszieht. Aus diesem schönen Basten. So, auf der ersten Inhaltsseite, Doppelseite, einmal noch so einen kleinen Gruß. Und eine Ausklappkarte. Da werde ich euch auch verlinken, wo ich diese Idee hier habe. Ich habe sie ein bisschen größer gemacht und ein bisschen anders. Weil die eigentliche Idee ist halt eine rechteckige Karte zum Ausklappen und nicht mit einem Herzchen. Ich habe das einfach ein bisschen ausprobiert und rumgefummelt, bis es einfach wirklich funktioniert hat. Dass auch diese Ausklappkarte hier in Herzform gut funktioniert hat. Zu dieser Seite habe ich auch ein eigenes Video gemacht. Hier habe ich einfach so ein bisschen, ja, Blumenbudel, kann man das vielleicht nennen, gemacht. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich mir wünschen, dass hier das Lieblingsfoto von den beiden reinkommt. Weil ich finde das einfach als erste Seite total hübsch und total fein. Und vielleicht ist auch noch ein bisschen Platz, um etwas darum rumzuschreiben. An der Seite, an der Stelle habe ich das Stamperia Papier genommen. Das 8x8 von Stamperia Sleeping Beauty. Und immer hier und da die schönen Sprüche, die wir hier zusammen gesammelt haben, einfließen lassen. Die Liebe ist ein Märchen, dessen Happy End wir selber schreien. Ja, hier findet ihr immer mal wieder so den weißen Hintergrund. Und zwar sind das die Platzhalter für die Fotos. Da habe ich mir auch ein bisschen einfach abgezirkelt, weil die hier auf einem relativ dünnen Papier sind. Während das Stamperia Papier natürlich sehr kräftig ist. Und ja, so ein dünner Papier war etwas anstrengender, aber es hat funktioniert. An der Stelle kleiner Tipp für alle, die sowas mal in solche Plätze schieben wollen, nehmen eine Pinzette zur Hilfe. Schöne Bastelpinzette, dann läuft das so. Genau, hier haben wir weiter das Sleeping Beauty. Das ist hier noch eine zusätzliche Seite, die seht ihr jetzt. Ich hoffe, das stellt auch scharf. Und zwar ist das hier eine Seitenerweiterung, die ich dran gebaut habe, weil ich habe hier und da einfach Dreifachseiten gemacht. Genau, und hier haben wir die Die Cuts von dem Sleeping Beauty. Hier auch nochmal Die Cut mit der normalen Papierseite. Hier auch nochmal. Ich habe hier Stencil als Hintergrund genommen. Und ich hoffe, ihr seht das, dass diese glänzenden Sachen hier überall so ein bisschen gesprüht sind. Das ist Textilfarbe. Ich habe einiges ans Textilfarbe übergehabt und habe hier und da einfach damit auch Papier gefärbt. Unter anderem in diesem Alpen. Und hier, also ich habe ein Stückchen serienweise die verschiedenen Designs hier verbaut, verbastelt. Also hier sind einfach so zwei mal drei Seiten mit dem Sleeping Beauty Motiv und mit den Die Cuts und dem Papier, mit dem Stencil und natürlich auch überall so ein bisschen Distressed. So, hier habe ich einen wunderschönen silbernen Tischläufer verarbeitet und ein bisschen Doodle-Rahmen gemacht. Vielleicht Platz für vier Stück. Und das ist dann einfach, dieses Album ist nicht durchgehend in einem Style, sondern wir haben immer wieder wechselnde Styles auf den verschiedenen Seiten. Das heißt auch, es wäre theoretisch Platz für verschiedene Fotostyles, ne? Hier haben wir nämlich, ähm, da sag ich schon, Servierten Technik, ne? Le Coupage, auch genannt. Servierten Technik und ein schönes Luteband. Auch wieder Platz für vier. Also insgesamt kann ich sagen, dass hier über 60 Fotos reinpassen. Hier habe ich ein sehr altes Noten-, ähm, oder Symphoniebuch auseinandergenommen. So, und habe dieses Symphoniebuch von Beethoven ausgeschlachtet. Ich hoffe, dass... Ich gucke mal eben nach, ob das man wirklich scharf stellt. Jo, es stellt scharf. Also hier ist wieder so eine kleine Ausklappseite dran. Hier habe ich auch Die Cuts, ähm, von Stamperia mit verarbeitet. Und halt diese schönen Notenbücher und Notenstempel. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die habe. Notenstempel habe ich auch gefunden mit diesen braunen. Ich fand's einfach herrlich. Und die Seitenfarben hier, ne? Die sind so. Also die sind tatsächlich so voll, dass die so, ähm, wunderschön, ja, angebeischt sind. Sag ich mal so. Also wirklich alt. Ähm, um dieses alte Papier, das hätte, wäre wahrscheinlich, ähm, etwas anfällig gewesen gegen Brechen, habe ich mit Mod Podge ein bisschen nachgearbeitet, dass, ähm, die, ja, dieses feine Papier nicht irgendwie direkt beim Foto rein und raus packen kaputt geht. Hier finden wir eine Doppelseite wieder mit, ähm, Dekopage mit einem Glanzpapier. Ähm, hier habe ich ein bisschen Tonkarton genommen und, ja, Doilies und kleine Holzherzen, die sind auch total schön. Und ihr findet hier auch schon wieder diese, ähm, die, glaube ich, meine Tischläufer, den ausgeschlachteten. Das ist ein super geiles Material, das hat richtig Spaß gemacht. So, hier haben wir das nächste, ähm, Lady Vagabond Papier von Stamperia. Ja, und überall die kleinen süßen Sprüche drin. Und ein bisschen Spitze darf natürlich nicht fehlen. Und wir haben auch, äh, Sir Vagabond haben wir auch dabei. Das heißt, auf diese beiden Seiten habe ich, hier finden wir eigentlich, da habe ich tatsächlich zwei Plätzchen, habe ich eben im Durchblatt daran gemerkt, zwei Plätzchen nicht mit einem Platzhalter versehen. Ähm, aber ich denke mal, man kann sich vorstellen, dass hier, ihr seht es gleich richtig, dass hier die Fotos reinkommen. Hier drunter geschoben und auch hier in die Ecken. Ähm, ich habe hier einen furchtbar alten Atlas, ähm, ausgeschlachtet. Also einen wirklich, wirklich alten. Und auch hier musste ich so ein bisschen mit Mod Podge arbeiten, dass einfach die Seiten noch schöner halten bleiben. Und, ja, hier habe ich einfach auch wirklich die Landkarte. der Nordseeländer auseinandergezogen. Und, äh, da kann man hier nämlich direkt, ja, das Foto mit einschieben. Hier finden wir wieder Dekopage, total süß. Also, dieses Album hat hier und da so ein bisschen einen kleinen Kitschfaktor. Der darf natürlich beim Hochzeitsalbum auch nicht unbedingt fehlen. Es ist auch keine Hochzeit von zwei Metal-Fans oder so, die, äh, tot umfallen, wenn sie rosa Rosen sehen. Nein, das ist wirklich bunt und fröhlich und, ähm, speziell. Na, mit ein bisschen Spitze und ein bisschen Borte. Schöne Dekopage-Seiten. Ja, und hier kommen nochmal was richtig Schickes. Also, die Rückseite, also die Unterseite von diesem Netzstoff, diesen Netzstoff, den habe ich in einer Gärtnerei gefunden. Total geiles Zeug. Ähm, die Rückseite, oder die, sagen wir mal, Grundseite, ähm, habe ich wieder mit, äh, Textilfarbe besprüht. Türkis und Dunkelblau. Ein bisschen gemischt. Ja, mit einem schönen Stoffrand kann sich das auch durchaus sehen lassen. Und natürlich hier kann man die Fotogrößen auch variieren, weil einfach mit den Klammern, kann man sich hier einfach jedes Format irgendwie reinbauen. Da gibt's kein gut oder schlecht oder falsch oder richtig. Da gibt's einfach das, was man hat und was man machen möchte. Hier an der Stelle haben wir wieder Dekopage, Goldfarbe. Und an der Stelle bin ich mit, ähm, ja, mit weißer Grundierung und Dekopage und Goldfarbe hier ins Gericht gegangen, um diese, ja, Streifen zu bauen. Was immer eine schöne Sache ist, wenn man hier ein bisschen, wenn man so einen schnörkeligen Rand macht und in den schnörkeligen Rand direkt den Spruch mit einheitet. Mein Glück ist, wenn der Verstand tanzt, das Herz atmet und die Augen liegen. Tja, hier kommen wir zu einer Seite, da hab ich echt gefummelt mit diesen kleinen süßen Papierröschen da oben. Habe ich mir ein bisschen leichter vorgestellt, Löcher zu machen und die da durchzuflechten. Im Endeffekt musste ich hier und da einfach auch ein bisschen mit dem Scotchtape nachhelfen, damit die hier in Ordnungsstelle bleiben. Das hat aber funktioniert und dementsprechend finden sich diese Röschen hier an den Kanten. Ja, wir haben hier Aquarell und Dudelblumen. Ähm, dazu gibt es auch ein separates Video. Ich hab hier und da, hab ich einzelne Videos zu dem Album gedreht, aber nicht für jede Doppelseite. Das hätt ich mal machen sollen, aber Gott, vielleicht kommt ja das nächste Album irgendwann zu mir. Was gecraftet werden möchte, dann dreh ich das komplette Album. Wobei ihr tatsächlich, äh, gut 100 Stunden Material gehabt hättet an der Stelle. Aber ich hab mindestens mal irgendwas zwischen 1 und 3 Stunden an so einer Doppelseite gesessen. Und manche hier, die ich mit dem Stamperia-Papier schon gemacht hab, die waren etwas einfacher. Wenn ich die quasi nur so auseinander gezogen und ein bisschen bearbeitet hab. Und andere wie zum Beispiel dieses Dudelblumenpapier. Das war dann einfach auch ein bisschen aufwendiger, aber auch Trockenzeiten natürlich beachtet werden möchten. Ne, und keiner möchte denn beim Blättern des Albums einfach die Seiten zusammenkleben. So genau, hier hatte ich vergessen zu erklären. Ha, hab ich so viel gequatscht. Ähm, das ist das Kalligrafie-Papier von Stamperia. Und das hab ich sie auf den nächsten 6 Seiten verbaut. Ja, überall. Die eignen sich so wunderbar, um einfach sie zu halbieren und in der Mitte quasi ein Stück Foto zu machen. Hier könnte man theoretisch auch ein Hochkantfoto reinsetzen. Hier genauso und hier ähnlich. Also es eignet sich, also hier hab ich jetzt gerade außerhalb des Bild gezeigt. Und das eignet sich dazu auch, sag mal, Hochkantfotos einzufügen. Der ganze Rest ist zum großen Teil Querformat. Wobei ich tatsächlich auf der Hochzeit auch selbst den Fotografen mal gefragt hab, was er denn für Fotos ausliefert für die beiden. Und glücklicherweise 13x18 Querformat. Ist auch das normale Format eigentlich. Da war ich aber doch ein bisschen erleichtert, weil ich hier alles auf Fotos in 13x18 gerichtet hab. Hier hab ich einfach so ein bisschen gefärbtes Papier genommen, geknüllt, das Tressed und den Spruch drauf gesetzt. Das Kalligrafie-Papier nochmal im Atelier de Art. Es spricht nun Französisch aus, ich hatte tatsächlich kein Französisch in der Schule. Dementsprechend sieht es mir nach, wenn ich das nicht schön ausspreche. Auch hier wieder die Möglichkeiten Hoch- oder Quertomat reinzusetzen. In dem Kalligrafie-Papier. Dazu den schönen Kalligrafie-Stempel hier von Funke-Kram. Den darf ich nicht unerwähnt lassen. Ganz, ganz viele Sachen von denen, die ihr hier in dem Album findet, wie zum Beispiel auch die Die-Cuts und den Teil des Stampera-Papiers hab ich auch bei Funke-Kram gefunden. Das lohnt sich auf jeden Fall mal ein Blick. Ansonsten hab ich auch ganz viel verarbeitet, was ich noch hatte. Und hier und da tatsächlich noch während ich hier am Arbeiten war im Bastelleben. Da sind mir so Sachen zugelaufen. Die wollten einfach noch mit ins Album und sagen, Mensch, da wollen wir ganz gerne mitwirken. Zum Beispiel diese Stempel, die ich hier drin hab. Das sind Tim-Holz-Stempel, die sind mir auch zugelaufen. Die wollten hier gerne mit rein. Und hier oben diese Lampenstempel sind tatsächlich schon länger meine Lieblingsstempel. Und ich freu mich, dass ich die hier so schön anbringen konnte. Dass sie wirklich, ich sag mal, zur Geltung kommen, ohne das Bild so zu dominieren. So, hier hab ich ganz altes Papier mit alterter Schrift benutzt, wie ihr einen leichten Glanz seht. Ich hab auch hier wieder Mod Podge benutzt, um das Ganze, sag mal, stabil zu halten, dass sie die Seiten nicht reißen. Weil es ist jeweils hier an der Seite geht's rein. Oh, jetzt hab ich hier noch Krümel aufs Blatt gepackt. Das darf ja gar nicht. Also hier ist jeweils außen der Eingang, um die Fotos da reinzuschreiben, äh, geschrieben. Genau, und hier hab ich das Ganze ein bisschen Goethe gewidmet, weil ich einfach ein Goethe-Buch auseinandergenommen hab. Und da find ich einfach, ähm, Goethe hat auch so tolle Texte, Sprüche und so tolle Zitate, die man nutzen kann. Dementsprechend hab ich das hier einfach mal den Goethe gekauft. Hier kommt eine Doppelseite, die so an ein Masterboard erinnert. Ähm, ich hab einfach schöne Streifen gesammelt. Und während ich hier das ganze Album gecraftet hab, und ich hab's nicht von vorne bis hinten durchgecraftet, sondern ich hab mal hier, mal da, mal dort, und bin mal so ein bisschen zwischen den Seiten gesprungen. Ähm, hab ich mir hier Streifen gesammelt. Wir finden Geschenkpapier, wir finden Dekopage-Streifen, wir finden Buchseiten, ähm, und hier einfach so ein bisschen Distress, das gefärbtes Papier, Stempel und Co. Ähm, ja, und dann hab ich mich hier hingesetzt und hab einfach Streifen geklebt. Und ich glaub sogar, dass es dazu auch ein extra Video gibt, zu diesem lustigen Streifenkleben. Das ganze auch in Highspeed, weil es dauert natürlich einfach diese Streifen hier zu setzen. Allerdings sieht das in Highspeed ziemlich lustig aus. Und hier hab ich jeweils einen langen Streifen gesetzt und auch hier könnte man natürlich ein größeres Format auch reinpacken. Bisschen kleiner ginge auch, ihr seht hier ein bisschen Überstand. Und, genau, das ist hier die Doppelseite, ja, Doppelseite Masterboard-Style. Und dann hab ich hier auch ein feines, schönes Stamperia-Papier wieder genommen. Stencil und, ja, Distress, ne? Ich hab so zwei Farben Distress, ihr seht ja. Ich hab einmal, ähm, was hab ich denn da genommen? Auf jeden Fall Vintage Photo. Ne, gar nicht. Ich habe, ähm, Walnut Stain genommen. Und, äh, Dried Marigold. Hier, ähm, das ist hier so die, ich sag mal, die, äh, Art Papierstreifchen. Also hier so ein ganz, ganz dünnes, altes Papier aufzukleben, trocknen zu lassen und dann abzureißen. So, hierzu hab ich auch ein eigenes Video gemacht. Das werdet ihr auch dann im Detail sehen können. Genau. Hier gibt er doppelt. Dann haben wir nämlich nur zweimal dreifachseite. Und auch hier wieder haben wir entweder an der Seite den Eingang oder an der. Es kommt immer ein bisschen darauf an, wo ich so einen schmalen Steg hatte. Den Steg hab ich auch tatsächlich verstärkt mit, ähm, hier mit dem Scotchtape. Weil sonst ist natürlich auch, auch wenn das Papierpapier echt stabil ist, es droht dann zu reißen, wenn man da öfter mal ein Foto rein und raus zieht, verschiebt. Dementsprechend helft euch einfach bei so kleinen, feinen Sachen, dass ihr solche Stege nicht später irgendwie kaputt kriegt. Genau. Hier ist dann die letzte Seite von dem, ähm, von den sechs sehr ähnlichen Seiten. Und jetzt kommen wir zur letzten Fotoseite. Und hier habe ich, ähm, zwei verschiedene Sachen gemacht. Und zwar brauche ich jetzt einmal meine, meine Hilfskarte. Wo hab ich's denn noch gepackt? Genau, meine Hilfskarte zeigt euch jetzt einmal, dass hier, äh, scheiß rechts, naja, verdammt. Dass hier Taschen für Karten sind. Ja? Hier oben genauso. Und natürlich hier die einzelnen Fotoseiten in diesem furchtbar geilen, kitschigen Glitzerpapier. Ich fand das einfach so klasse, das habe ich mal in ein Bastelpaket bekommen und, äh, habe riesen Freude daran gehabt. Ähm, hier an der Seite haben wir auch noch Platz für Karten. Also da kann man mindestens eine Karte reinschieben, wahrscheinlich eher zwei oder drei. Die Schleifchen kann man sich auch, wenn die irgendwie nerven, kann man sich die auch wieder hochmachen. Und da hab ich grad gesehen, da muss ich nochmal den Pin ein bisschen festsetzen. Aber das kann ich im Nachgang machen. Ja, dann sind wir eigentlich mit den Fotoseiten soweit durch. Also, wie gesagt, ihr habt es leicht mitgezählt. Das sind über 60 Plätze für Fotos. Und hier haben wir nochmal hoch, wenn ich die Karte fest bin. Hier haben wir nochmal Platz für Karten. Und zwar nicht zu knapp. Also da passt auch immer mehr als eine Karte rein. Was ich hier noch habe, in einem kleinen Umschlag. Und das musste ich einfach reinpacken. Kleiner Gruß geht raus an Mandy, die mir diese Sachen geschickt oder geschenkt hat. Und die Hochzeitsjahresliste. Also was für Hochzeiten gibt es? Und die habe ich alle so ein bisschen im Youth-Look gemacht, die man sich so hier rausklappen kann. Es geht aber wirklich los von der weißen Hochzeit, also von der echten, bis zur goldenen Hochzeit der 50. Und jedes einzelne Jahr ist tatsächlich dabei. Ich wusste das auch alles nicht. Das durfte ich hier erstmal lernen. Und dementsprechend habe ich das in so einen kleinen selbstgecrafteten Umschlag gesteckt. And they lived happily ever after. Und das wohnt hier und wartet auf die neuen Besitzer. Mal gucken, ob ich die damit auch noch überraschen kann. Was diese Hochzeitstage angeht. So, jetzt haben wir wieder das Handschuh-Problem. Eigentlich ist das nämlich total leicht auf. Kleines Gummiband. Kleines Islets. Und hier ganz viel Platz für Karten, Größe und so weiter und so fort. Also das Album hat auch noch ein bisschen Platz von der Dicke her. Da passt echt was rein. Also ich finde persönlich nichts schlimmer, als überall verstreuten Karten zu haben. Und sie nicht an einen Ort bringen zu können. Theoretisch hier möglich. Man kann natürlich auch was anderes machen. So, jetzt kommen wir jetzt zu dem persönlichen Teil. Und hier muss jetzt eure Fantasie ein bisschen walten. Und zwar ist das so, dass ich hier an der Stelle die ganzen Grüße von der kompletten Schenk-Mannschaft oder Stahlgemeinschaft reingepackt habe. Jeweils zum Aufklappen. Das heißt, man legt dieses Album hin und klappt es in alle Himmelsrichtungen diese Grüße auf. Und kann sie dann natürlich auch wieder zurückklappen. Die zeige ich euch jetzt nicht. Das ist nämlich total privat. Und das geht hier auch nur die an, die es geschenkt kommt. Natürlich auch die, die es verschenkt haben. So, was habe ich jetzt hier als, sagen wir mal, Hintergrund genommen. Habe ich geprägtes Papier genommen. Mit meiner DIN A4 Schablone. Und habe mir jeweils den richtigen Ausschnitt hier zum Klappen reingepackt. Teilweise, hier sieht man auch so einen kleinen Pin noch. Da habe ich Blätter drauf, die sich dann drehen. Aber das ist einfach Part für das Hochzeitspaar. Und wenn alles auseinander geklappt ist, ist in der Mitte noch ein schöner Spruch. So, damit sind wir am Ende. Am Ende. Gott, ich muss mich jetzt wirklich verabschieden von diesem Album. Wir sind am Ende dieses großen, tollen Hochzeitsalbums. Also ich finde es toll. Mir hat es mega Spaß gemacht. Ich habe hier richtig Herzblut, Energie, Zeit reingesteckt. Ich habe richtig viel gelernt. Also für mich war das ein echter Gewinn. Es ist nicht immer nur so, man hat damit Arbeit und irgendwann verschenkt man es. Nein, es ist ein echter Gewinn. Ich habe total viele neue Styles gelernt. Und mir teilweise Sachen ausgedacht oder mir Sachen abgeguckt. Und das war für mich einfach großartig. Ich hoffe, dass es gleich, also wirklich, es sind nur noch wenige Stunden, dass es gleich auch gut ankommt bei den neuen Besitzern. Und dass sie da auch ganz, ganz viel Spaß und Freude mit haben. Und ich habe mich mega gefreut, dass wir so ein tolles Gemeinschaftsprojekt an der Stelle gemacht haben. Und das ist weiterhin ein Gemeinschaftsprojekt, auch wenn ich ganz viel Arbeit reingesteckt habe. Die anderen haben Ideen, Kreativität, Teile, Sachen, alles drum und dran auch mit dazu beigesteuert, dass das so toll geworden ist. Also ihr merkt schon, ich bin echt stolz auf dieses Ding. mit Spaß, Fleiß und Kreativität, was gecraftet. Was ich mir, sagen wir mal, heute vor einem Jahr nicht hätte vorstellen können, liegt jetzt hier, ist fertig und ich würde es wieder tun. Ja, deswegen freue ich mich auch schon jetzt schon auf mein nächstes Projekt, von dem ich noch gar nicht weiß, was es sein wird. Ein paar kleine habe ich noch liegen, aber so ein Monsterprojekt habe ich aktuell tatsächlich nicht in der Pipeline. Das ist auch gar nicht so schlimm, weil ich glaube, ich jetzt erstmal ein paar Sachen hier sortieren darf und auch echt aufräumen muss, weil ich wirklich, wirklich viel hier immer an Orten im Zimmer gelagert, um sie dann an eine bestimmte Stelle zu bauen. Ja, meine Lieben, ihr merkt, ich kann mich gar nicht losreißen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass diese Serie zu dem Album euch Spaß gemacht hat. Ich freue mich, wenn ich von euch mal ein Feedback bekomme, Kommentare bekomme, vielleicht noch Ideen für ein Album 2.0, wer weiß. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch ganz viel Spaß bei euren Bastelprojekten. Macht euch was Schönes, erfreut die Menschen mit eurer Kreativität und bis demnächst in diesem Kino. So, dass wir heute wieder Eurod Chensteiger machen müssen. Bis zum nächsten Mal. Gästeilye herkes. Tänz Frau. Ich bin jetzt mal ganz. Nummer 5-Kind-Signal. Ich bin jetzt mal ganz. Ich bin wieder das ganze Tage. Vielen Dank.